Moin Leute, nach längerer Zeit habe ich heute mal wieder ein Objektiv-Review für euch. Ich konnte einfach nicht Nein sagen, da kommt dann halt wieder dieser Objektiv-Fetisch in mir durch. Ja und speziell geht es halt um das TT Artisan 35mm Blende 1.4 für Leica M-Mount. Das Objektiv kommt in so einer weißen Schmuckschatulle. Die ist dann auch von innen irgendwie so rot ausgekleidet. Ist vielleicht ein bisschen too much, also für meinen Geschmack etwas zu kitschig. Aber hey, Hauptsache das Ding ist gut verpackt und es sieht so ein bisschen wertig aus. Also da drin lässt sich das Objektiv super transportieren. Außerdem dabei auch noch hier so ein kleiner Schraubendreher. Da komme ich dann gleich nochmal drauf, was es damit auf sich hat. Der erste Eindruck von dem Objektiv, ja ist es wirklich gut. Also da gibt es eigentlich verarbeitungstechnisch jetzt nichts dran auszusetzen. Also hier passt alles. Also angefangen bei den Deckeln vorne, hinten. Der Objektivdeckel vorne, der ist sogar aus Metall. Aber dann vor allem auch einmal hier der Blendenring in der Verstellung. Der läuft also wirklich wunderschön, also sehr, sehr präzise. Aber auch der Fokusring, also das lässt sich alles hier wunderbar einstellen. Also da muss ich mal sagen, auf den ersten Blick verarbeitungstechnisch überhaupt keine Einwände. Ja, der erste Eindruck hat mir dann aber auch irgendwie gesagt, Mensch, das Ding, das kommt dir doch bekannt vor. Ja, und der eine oder andere von euch weiß es. Ich bin auch Besitzer von einem Original Leica Sumi Lux 35mm 1.4. Und wenn wir diese beiden Kollegen jetzt hier einfach mal nebeneinander stellen, ja, dann finde ich, hat Titi Artisan da schon so ein bisschen abgeguckt. Ja, also man könnte schon, ja, als böse Zunge könnte man sagen, sie haben es wirklich kopiert vom Design her. Also sogar so Dinge wie die Schriftart von den Skalen, also Blendenring, Entfernungsskala und so weiter, die ist halt sehr, sehr ähnlich. Sie ist nicht absolut gleich, aber die Ähnlichkeit, die ist auf jeden Fall vorhanden. Ja, und aus dem Grund habe ich es mir natürlich auch nicht nehmen lassen, mal das ein oder andere Vergleichsfoto zu machen. Wer sich auskennt, der weiß, dass wir hier über zwei völlig unterschiedliche Preiswelten reden. Also das ist so ein richtig schöner Äpfel- und Birnenvergleich, aber er drängt sich einfach auf. Und die Frage ist halt, kann man mit so einem Titi Artisan als Fotograf in der Leica M-Welt, kann man damit glücklich werden? Oder muss es unbedingt das Sumi-Look sein? Das Titi Artisan wird mit so einem kleinen Mini-Schraubendreher geliefert. Also der ist wirklich super, super winzig. Und mit diesem Mini-Schraubendreher habe ich die Möglichkeit, das Objektiv zu justieren, also den Fokus zu justieren. Ich habe hinten am Objektiv-Bajonett habe ich hier so drei kleine Löcher und da sind Schrauben drin und damit kann ich diesen Ring quasi lösen und dann den Fokus einstellen. Jetzt fragt man sich oder denkt man sich, boah, viel zu kompliziert, habe ich keinen Bock drauf, alles so fummelig, funktioniert gar nicht. Ich kann euch sagen, ich habe das schon einmal gemacht bei einem Titi Artisan 50mm 095, da musste ich den Fokus justieren und das hat wunderbar geklappt. Titi Artisan liefert dafür so eine Justierkarte mit. Diese Justierkarte, die enthält so eine Skala, auf die man dann fokussiert, während man die Kamera auf dem Stativ hat. Und auf der Rückseite von dieser Karte, da findet sich dann eine Anleitung, wo genau drauf steht, in welche Richtung man diesen Justierring verstellen muss, um dann den Fokus fein zu justieren. Und ich muss sagen, das hat damals bei dem 50mm richtig gut geklappt, das hat auch nicht ewig lange gedauert und danach hat es wirklich wunderbar gepasst. Ich persönlich finde diese Möglichkeit sehr gut, weil wer mit Leica M fotografiert, der hat eventuell schon mal die Situation gehabt, dass sich irgendetwas verstellt hat. Und wenn man sein Objektiv dann zu Leica zum Customer Care einschicken muss, um es dort nachjustieren, überholen zu lassen, dann kostet das auf der einen Seite Geld und auf der anderen Seite halt auch Zeit. Und das kann halt auch mal viel Zeit und viel Geld sein. Das Schöne war, bei dem 35er hier, da brauchte ich jetzt nichts machen, das heißt, das habe ich an meine M10 geschraubt und das hat eigentlich von Anfang an sehr gut gepasst mit dem Fokus. Bevor wir uns jetzt gleich die ersten Bilder angucken, will ich mal ganz kurz auf den Preis eingehen. Das TT Artisan 35mm 1.4 kostet unter 500 Euro. Ich glaube 479 oder 489. Ich packe euch auf jeden Fall einen Link unter das Video. Da könnt ihr mal den Preis bei Amazon checken und wenn ihr es darüber kauft, kriege ich natürlich auch eine kleine Provision. Das Ganze ist deshalb so interessant, weil sich einfach immer wieder dieser Vergleich zu dem Original Leica Summilux aufdrängt. Ja, und Kenner wissen, dass halt so ein Leica Summilux 35mm 1.4 einfach halt das Komma eine Stelle weiter rechts hat. Das heißt, das Ding kostet um die 5000 Euro. Ganz genau weiß ich den Preis nicht, weil Leica zieht die Preise ja auch gerne mal an, aber auf jeden Fall sind wir da in dieser Region von ca. 5000 Euro und sprechen halt einfach bei dem TT Artisan deshalb über ein Zehntel des Preises. Das Interessanteste bei Objektiven sind natürlich letztendlich die Bildergebnisse. Ja, und deshalb habe ich natürlich auch, nachdem das Teil angekommen ist, als allererstes meine obligatorischen Testfotos mit den Hunden gemacht. Blende einfach bis zum Anschlag auf, Fensterlicht bei uns im Wohnzimmer, um mal zu gucken, wie ist denn der erste Eindruck? Schärfe vorhanden, Unschärfe im Hintergrund auch vorhanden, sieht das alles ganz gut und harmonisch aus. Ja, und das hier ist eins der ersten Bilder, die ich gemacht habe. Das ist jetzt auch komplett unbearbeitet. Und ja, Blende 1.4, lasst euch nicht hier von den Werten in den Exif-Daten täuschen, denn das ist halt leider so eine Leica-Krankheit, dass die Blendenwerte nie so richtig stimmen, zumindest bei den M-Kameras. Ja, aber Schärfe ist auf jeden Fall vorhanden. Es ist auch genug Schärfe. Ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie unscharf ist. Also insofern kann ich hier sagen, kann man diese Linse auf jeden Fall auch offenblendig ganz problemlos benutzen. So, das Ganze habe ich dann auch mal bearbeitet hier. Dann kann man natürlich noch mal an der Schärfe ein bisschen was tun. Vielleicht habe ich sogar hier ein kleines bisschen übertrieben, ein bisschen zu viel Schärfe. Das muss man dann einfach immer abwägen. Aber das sind so die typischen Fotos, die ich mache. Und ich muss sagen, da habe ich jetzt erst mal auf den ersten Blick nichts auszusetzen gehabt. Ich habe dann noch ein paar draußen gemacht. Da hatten wir dann auch noch so ein wunderbares Gegenlicht. Ja, und die zeige ich euch jetzt einfach mal hier, damit ihr einfach mal so einen Eindruck habt. Also hier, oder auch das. Auch hier sieht man Schärfe richtig schön vorhanden. Ich kann das auch noch mal zurücksetzen, dass ihr auch noch mal seht, wie das Ganze unbearbeitet aussieht. So, das ist also hier das Originalbild. Und ja, ich finde, also wie gesagt, auf den ersten Blick keinerlei großartige Probleme. So, ich habe die Kamera dann mitgehabt mit dem Objektiv bei meinen Schrauberkollegen hier in Hamburg bei Triumph. Da gibt es so eine kleine Gruppe, die halt in ihrer Freizeit irgendwelche wilden Motorräder für ganz komische Rennen und Veranstaltungen bauen. Und habe da einfach mal so ein paar Bilder gemacht. Ja, die blende ich euch jetzt hier ein, damit ihr einfach mal so einen Eindruck bekommt. Das ist natürlich auch alles bearbeitet, aber die Bilder sind halt auch alle offenblendig gemacht. Und das ist so, sage ich mal zumindest so ein bisschen ansatzweise, Mini-Reportage-Fotografie. Auch da muss ich sagen, habe ich jetzt nichts großartig an den Bildern auszusetzen gehabt. Dann, ja, bin ich aber doch nochmal losgegangen und dachte mir, ach, du musst das Ganze jetzt auch mal so ein bisschen untersuchen. Da kannst du ja nicht immer nur sagen, ja, alles gut, scharf und schönes Bouquet und super kaufen. Nee, du musst da auch mal so ein bisschen fachmännischer rangehen. Bin dann mal hier bei uns in den Wald gegangen und habe dort, ja, so ein paar, ich sage mal, Testfotos gemacht. Ich habe hier Bäume fotografiert. Das ist mit Blende 4 gemacht und ich wollte einfach mal sehen, wie denn die Schärfe über das ganze Bild ist bei so einer mittleren Blende. Weil Blende 4 muss meiner Meinung nach ein Objektiv absolut abliefern. Ja, und wenn wir uns das mal angucken, also hier bis in die Ränder hinein, eigentlich tadellos scharf. Ein bisschen anders sieht das aus, wenn wir die Blende weiter zumachen. Das hier ist zum Beispiel eins, was ich bei Blende 16 gemacht habe. Da gibt sich dann hier so ein kleiner Blendenstern, aber wahrscheinlich gibt es dann hier auch schon, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt Beugungsunschärfe ist oder ob das generell ein Abfall der Schärfe zu den Rändern hin ist. Aber wenn wir uns das mal angucken, also gerade hier im Randbereich, da ist das Bild dann schon nicht mehr so 100%ig scharf wie hier im Zentrum. Und auch hier im Zentrum gibt es also bei Blende 16 dann doch schon den ein oder anderen Abstrich. Juckt mich jetzt nicht, weil wann fotografiere ich schon mal mit Blende 16. So, dann habe ich hier aber noch so ein Bild gemacht. Und ja, da ist mir dann irgendwie aufgefallen, dass ich da drauf geguckt habe, Mensch, irgendwie ist das hier, irgendwie ist das alles ein bisschen lila in der Mitte. Ja, und da habe ich dann einfach mal so ein bisschen reingezoomt und dann festgestellt, ich muss mal gucken, ob das hier zurückgesetzt ist, das Bild. So, und habe dann irgendwie festgestellt, dass das, dass es hier ja so leichte lila Farbsäume an den Rändern gibt. Also hier, das ist jetzt natürlich extrem reingezoomt, aber bei dem reingezoomten Bild sieht man das, glaube ich, ganz gut, dass hier so lauter so Farbsäume sind. Ich bin da normalerweise überhaupt nicht anfällig gegen. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der das sofort sieht. Aber in dem Fall habe ich es halt gesehen, weil sich das hier rund um die Sonne, also wirklich hier in so einem Kreis, ja, so ein bisschen bündelt. Da kann man natürlich relativ leicht Abhilfe schaffen, das heißt, in Lightroom geht man einfach in die Objektivkorrekturen und entweder man hat ein Profil, was das gleich macht, aber für das TD Artisan gibt es halt kein Profil, im Moment noch nicht. Dann kann man aber einfach hier an dem lila Regler ziehen und sagen, Rand entfernen und wenn ihr hier einfach mal auf diesen Bereich achtet, zack, dann ist dieser lila Rand auch sofort weg. Und ja, ich finde, man sieht das schon. Also wenn man hier einfach mal sich das gesamte Bild anguckt und ich dann hier Rand raus, Rand rein, da ist schon irgendwie hier so ein lila Magenta Farbstich, der dazukommt oder wieder weggeht. Und ich finde, das sieht man umso mehr, umso kleiner das Bild ist. Also ich finde gerade hier oben links in diesem kleinen Thumbnail, da ist dieser lila Fake dann doch relativ präsent. Ja, aber im Großen und Ganzen fand ich von der Performance her das Objektiv zumindest für die Art von Bilder, die ich mache, absolut top. Auch wenn es vielleicht ein bisschen unfair ist, aber der Vergleich musste einfach sein. Wie schlägt sich das TTA Design im Vergleich zu dem Summilux? Jetzt habe ich das Summilux nicht immer dabei gehabt. Also ehrlich gesagt hätte ich auch noch mal so ein Vergleichsfoto machen müssen mit dem Summilux, was so die Randschärfe angeht und die Farbsäume. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich habe hier auch so ein paar Testfotos mit den Hunden gemacht. Und das gucken wir uns einfach mal an. Ich habe hier, jetzt muss ich genau aufpassen, dafür muss ich noch mal in meine Notizen gucken. Also ich habe hier einmal dieses Foto, was ich markiert habe. Das ist das Summilux bei Blende 1.4 und das müsste, genau, das ist das TTA Design. Und die blende ich jetzt einfach mal hier im Vergleich ein. Linke Seite, also Summilux, rechte Seite TTA Design. Ja, und ich fand so auf den ersten Blick, dachte ich mir so, ja, irgendwie nicht so der Riesenunterschied. Auf den zweiten Blick habe ich dann schon gesehen, und das haben auch die anderen Testfotos so ein klein bisschen bestätigt, dass das Summilux-Bild hier ja ein kleines bisschen farbintensiver ist. Also da kommt schon so ein bisschen mehr Farbe raus, also gerade halt hier bei diesem komplett unbearbeiteten Bild. Ja, und wenn wir da einfach mal reinzoomen und uns das so ein bisschen aus der Nähe angucken, dann sieht man auch, dass das Summilux natürlich gerade hier auf dem Fell schon ein bisschen mehr Detailzeichnung hat. Also da fällt das TTA Design dann hier so ein kleines bisschen ab. Es kann sein, da bin ich mir jetzt etwas unsicher, dass ich hier vielleicht den Fokus nicht so 100% getroffen habe bei dem TTA Design, dass der vielleicht so ganz leicht hier hinter dem Auge ist. Aber ich glaube, dieser Unterschied, der ist auf jeden Fall sichtbar. So, jetzt habe ich das Ganze dann auch nochmal mit Blende 2.8 gemacht. Ich weiß nicht, wer seine Blende auf 2.8 zumacht, aber soll ja vorkommen. Auch hier jetzt wieder auf der linken Seite das Summilux, auf der rechten Seite das TD Artisan. Und auch bei dem Bild sieht man natürlich auf den ersten Blick wieder, dass das Summilux halt, was die Farbdarstellung angeht, dann doch nochmal, ja, es ist halt einfach mehr Farbe vorhanden. Das TD Artisan sieht halt insgesamt so ein kleines bisschen flauer aus. Wohingegen dann, ja, das ganze Thema Schärfe ist dann bei Blende 2.8 auf jeden Fall gar keins mehr, weil da liefern sie total ab. Ja, und hier sieht man, dass ich hier wahrscheinlich bei dem Summilux ein kleines bisschen zu weit hinten war mit dem Fokus. Also hier sieht man, dass dieser Bereich scharf ist. Also das ist halt einfach auch so ein bisschen das Kreuz der Leica M Fotografen, wenn man solche Vergleichsbilder macht. Im Normalfall gucke ich mir das alles nicht so riesengroß an, sondern gucke mir die Bilder eher in normaler Größe an. Und dann ist halt das, ja, was diese beiden Objektive abliefern in jeder Situation mehr als ausreichend. Aber man muss schon sagen, man sieht halt den Unterschied, das Summilux lief halt halt doch besser ab. Wie viel dieses Besser einem dann wert ist, das muss letztendlich jeder selber entscheiden. Das Fazit bei dem Objektiv ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich. Man muss hier halt auf den Preis schielen, denn die Leica M Welt ist halt keine günstige Welt. Also wer sich gerade halt auch mit den Original-Leica-Linsen beschäftigt, egal ob das Gebrauchte oder Neue sind, der weiß, was da für Preise aufgerufen werden. Und wenn sich jemand in dieser Welt bewegt, sich vielleicht auch schon mal das ein oder andere Summilux oder Summicron gegönnt hat, der will vielleicht noch eine zweite oder eine dritte Linse haben. Und ganz ehrlich, Leute, Hand aufs Herz. Also wer kann sich mal eben irgendwie für alle Brennweiten Summilux kaufen? Also wer dann sagt, Mensch, ich habe einfach Spaß an diesem System und ich möchte aber in erster Linie fotografieren, da kann ich ehrlich gesagt dieses TTA TESAN 3514 absolut empfehlen. Denn es ist preis-leistungsmäßig einfach ganz weit vorne und ihr bekommt da halt auch keinen Ramsch. Natürlich ist es halt kein Summilux, aber das ist es halt auch vom Preis nicht. Ihr bekommt aber hier für den Bruchteil der Ausgabe trotzdem ein extrem solides Objektiv, was sich vor allem nicht, also es muss sich nicht verstecken. Das heißt, das ist nicht unscharf, das macht kein unschönes Bouquet. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine totale Gurke, wo man dann hinterher sich das alles schön reden muss, indem man sagt, das Objektiv hat Charakter. Nein, das ist also wirklich auch schon ein zeitgemäßes Objektiv, mit dem man auch an etwas moderneren Sensoren scharfe, gute Bilder hinbekommt. Von daher muss ich einfach sagen, ist das wirklich eine absolute Überraschung. Ja, und bekommt von mir auch auf jeden Fall den Daumen hoch und eine Empfehlung. Ihr Lieben, so viel zum Review des TTA Design 35mm 1.4. Ja, auch wenn ihr nicht an der Verlosung teilnehmen wollt, sondern so generell einfach zu dem Objektiv ein Kommentar loswerden wollt, könnt ihr das natürlich auch machen und fleißig in die Kommentare schreiben. Ich freue mich natürlich immer über Feedback. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss Leute.